Herzlich Willkommen zu zwar nicht einer der ersten Openings, aber einer der wichtigsten Openings, weil wir haben um dieses Display gespielt. Ich mit meinem Doflamingo Green Purple und der liebe Oskar mit seinem Whitebeard. Der liebe Oskar konnte am Ende einen Best of Three mit zwei Siegen hintereinander für sich entscheiden und damit natürlich das Display gewonnen und konnte dieses Display dann auch gleich noch im Livestream öffnen und hier seht ihr das Ergebnis. Viel Spaß damit! Naja, wir haben ja schon ein Verdeckeres. Ich probiere, hm, ja. Ich nehm, ja. So vielmehrlich wird das überhaupt gar keine Situation. So vielmehrlich wird das überhaupt gar keine Situation. Oh, gut, Alter. Oh, und? Oh, geil! Geil, 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 geil. Das ist schon mal nice, Alter. Das ist richtig. Das ist zu gut, Alter. Aber hier brauchst du vier Mal für den Wecker. Na, das ist jetzt schon zweimal, Alter. Mit der zweimal? Oh, das ist glaub' einmal. Der erste Pack und der erste R, oder? Das geht ja jetzt. Ich hab auch mal gehört, dass wenn ein Lieder wohl davor ist, kannst du aber keine geiler Sern haben. Als Hohle? Ja. Aber du hast doch geiler Sern. 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 Ne, wenn du wieder davor kommst, weißt du? Wenn du wieder karte davor kommst. Ach, ne Liederkarte? Weil darf du wieder karte? Ne, nicht ne Liederkarte, ne Liederkarte. Na, 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 na. Ne, wirst du wirklich alles mehr. Scheiße, Alter. Das ist irgendwie so komisch, dass da... Ja, ich muss doch mal auf den Tischlecker. Irgendwann. Ein bisschen rein. Du bist blind, Alter. Ich hab keine Ahnung, so schlafen, oder? Naja, wirst du nicht auf dem Lieb? Ah, okay. Ja, wirst du noch mal drauf, Alter. Schönen Labo jetzt. Hast du überhaupt den Liederkarte gezogen? Liederkarte gezogen? Liederkarte? Ja. Ja, ich hab doch hier alle Liederkarte beim Balken dabei. Katakryl hast du nur ein einziges Mal gezogen, als Liederkarte, äh, als Liederkarte. Ja. Ja, als Führer, ja. Oh, geil. Ja, okay, die hätt' ich dir schenken können direkt. Ja, ist ja egal. Oh! Oh! Oh, nein! Nein! Das ist eine Altart, Alter! Nein, das ist keine Altart, oder? Nee? Nein, das ist nicht mehr. Okay, geil. Das ist Secret Forever. Boah, ich dachte schon, Alter. Ja, das klingt vielleicht schon mal gut, Alter. Schon mal ein gutes Zeichen, Alter. Guter Start, Alter. Das ist richtig, Alter. Ja, ich weiß, aber das ist nicht... Nein, Alter. Das ist ein großer Mann, die von mir zu fliegen. Alles gut, ich mach das zu tun. Ah, scheiße. Warte, ey, die Leute wollen warten. Warte, die Leute wollen Orten? Nee, die Leute wollen hey und schicken. Johnny, lass dich, Alter! Es ist kein Liederkarte. Herr Bartart. PC هذا, Alter! Scheißkarte! Ah, jetzt siehst du ja genau das hier. Jetzt hiebs noch mache ich Lieder. Und dann kriegge... Kannst du glaube ich nur ein RARE und noch eine RARE haben dahinter. Sobald du eine Liederkarte hast. Hier ist er. Wie ist er? Ah, das ist die Frisur-Schein von meiner Mann. Das ist perfekt. Ich würde eigentlich in der Orte kommen wirklich zu viele Augen machen. Aber ist doch gut eigentlich. Ja, ich würde ein paar Leute mal vorbeischauen. Trotz mein normaler Kampfer. Ja. Naja, wo haben wir für Dings? Ja, wo haben wir überhaupt nicht. Da ist die... Heute nicht so. Heute ist es auspacken und dann zacken wir mal die zwei. Ich weiß nicht. Ich kann nicht alle helfen. Ja, ich kann nicht alle helfen. Aber heute ist es heute direkt. Entweder bist du mit dem Soundproblem. Ja, ich kann nicht alle helfen. Ich kann nicht alle helfen. King? Du weißt genau, also 5. Pack von links ist... Echt? Kann ich einen Pack kaufen? G2 Carbon. Hey, bekommst du dir die. Ja, spät mal jetzt in 10 rein, dann kannst du einen Pack kaufen. Viel Respekt dazu für dich, oder? Ich hab mir gedacht, dass ich jetzt mal von Puma raushau. Ich hab Blöd-Sound auch gar nicht, glaube ich. Perfekt. Perfekt, älter. Ich dachte schon, ich dachte schon wieder, älter. Ich wollte dir noch erzählen, dass ich eventuell nicht erkennt habe. Ja. Warum meinst du los? Und... Ich war ja... Ich weiß nicht, ich hab immer noch Tiger gesagt. Ich weiß nicht, ich hab immer noch Tiger gesagt. Danke für eure Foto. Hilf mir mal bitte. Ja, ich kann dir gerne helfen. Mach mal bitte. Oh, schön, alter Kaido brauche ich auch, alter. Ja, mach mal kurz. Wir haben da noch ein bisschen was in der Rückhand. Was ganz kleines. Das ist immer alles hier drin. Aber nur mal hier drin. Ah. Ah. Hier, kannst du mal da achten? Ich mach mal da nach auf. Sieht man das überhaupt in der Kamera? Ah, ne. Die waren gar nicht, alter. Also, einmal der Zweier. Das ist ja nicht mehr so teuer. Das kostet nur ein 300 für mich. Das ist eigentlich ein Schnapper, alter. Dann nur noch mal Zweier. Und dann haben wir gedacht... Ah. Hier nochmal. Ist das wohl nicht immer noch? Naja, wir sind so weiter runter, ja. Ach. Noch zweimal Einser. Und zwei Einser. Kein Problem. Easy. Also wer jetzt ein Fofi rein spendet, kriegt vom Einser vielleicht ein Pack. Jogi, ihr seid so leise. Ich hör gar nichts. Das liegt am Mikrofon vielleicht. Naja, wir sind weiter runter. Oder du musst auch lauter machen. Bei dem Headset. Das Mikro ist glaub ich auch ein bisschen weit entfernt, einfach. Ich kann ja versterken bleiben. Uh, geil. Yamato. Echt jetzt? Ja. Das war der krasse Tag. Ja, sehr, sehr schminkt. Ah, jetzt ist es besser. Oh, Alter. Auf hier. Egal. Der wird eine ganze Familie zu ziehen. Hahaha. Die macht hier niemals auf. Ah, doch. Die werden noch aufgemacht, Alter. Irgendwann werden die noch aufgemacht. Ja. 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 Das war der. Doch ja. Ich weiß nicht ob der Fokus da ist, aber ihr könnt aber reinschreiben wie teuer die ist. Tja und kleiner Spoiler, ich darf die letzten beiden Packs auspacken, das haben wir immer so gemacht. Oskar durfte immer bei mir die letzten beiden Packs öffnen, damit der andere auch was hat. Wir hatten halt ein riesengroßes Opening, was wir auch noch auf YouTube-Buch laden. Das wird ja zuerst kommen, weil wir haben so viele Packs und Booster-Displays geöffnet, dass es unfassbar ist, das alles zu schneiden und hochzuladen, da brauche ich echt extrem viel Zeit. Ich kann aber an dieser Stelle sagen, dass das leider wirklich die Highlight-Karte ist, die Highlight-Karte, die wir halt ziehen aus dem Pack. Und das war's, leider Gottes. Und das ist halt schon sehr, sehr traurig. Ich hatte in meinem OP1, was ich damals, ich habe drei OP1 geöffnet, zwei habe ich noch hier. Da war die allererste Karte, die ich gezogen habe, Nami. Also Altart Nami, da habe ich mich sehr gefreut. Damals noch 80 Euro, jetzt irgendwie 300 Euro wert. Ziemlich cool. Aber es war auch die einzige Karte, die ich als Altart herausgezogen habe. Ich habe auch viele Secret-Wares und ich habe mir damals ja auch ein Kit-Deck bauen wollen. Supernova-Kit-Deck und so weiter und so fort. Auch Film-Deck. Damit musste ich natürlich noch OP2 öffnen. Habe es aber geschafft, wirklich alle zu ziehen. Ich musste zwei Displays öffnen und habe eigentlich alle dazu. Und dann habe ich jeweils noch mal von OP2 noch mal eins geöffnet und von OP1 noch mal zwei. Einfach nur aus Spaß. Erzieht auch noch mal ein paar coole Karten und die ich so für ein paar Decks noch brauche. Nebenbei aber halt nichts Besonderes und nichts das, was ich jetzt nicht unbedingt schon habe. Also tauschen ist dann relativ schwierig. Ich wünsche euch erstmal noch viel viel Spaß mit dem restlichen Video. Das war es dann aber wirklich. Also es wird nicht mehr viel kommen. Deswegen werden wir ab jetzt hier die Geschwindigkeit auf 4 stellen. Damit ihr es noch mal im Schnelldurchlauf seht. Am Ende werden wir eh noch mal alle Karten zeigen. Noch mal ein bisschen quatschen. Und ja, das war es erstmal von mir aus. Peace out und reingehauen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, meine lieben Freunde. Der Name ist so schlimm. Damit ich immer sehr süß. Ich bin extrem, wie das Ganze, wir fühlen. Das Ganze in der Zeit von oben hast. Ich bin der Ausziner. Ich bin der Ausziner. Ich bin der Ausziner. Ich bin der Ausziner. Bye. Was war es so schlimm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020